Als ich noch nicht mit HIV infiziert war, wusste ich überhaupt nichts über diese Krankheit. Ich habe immer gedacht, das ist irgendwie ein Problem in Südafrika oder woanders, aber nicht in Deutschland. Ich habe gedacht, dass die Menschen krank aussehen, dass sie die Flechte haben, dass sie dünn sind. Ich konnte damit nicht umgehen, weil ich gedacht habe, dass mein Leben vorbei ist. Ich war 19 Jahre alt. Ich habe gedacht, okay, jetzt lebe ich noch fünf Jahre, bis ich 25 bin und dann war es das. Weil ich hatte überhaupt keine Informationen. I've been roaming around, I was looking down at all I see, painted faces, fill the places I can't reach. Wir brauchen mehr Menschen, die bereit sind, das zu tun, weil nur so können wir das Tabu, das Denkmal, die Vorurteile, nur so können wir etwas ändern. Es ist Information. Es ist nur Information. Wenn die Menschen wissen, dass es viele Menschen gibt, die mit dieser Krankheit leben. Wenn die Menschen Gesichter zu dieser Krankheit bekommen und nicht immer einen Geist haben von dieser Krankheit, ist es, kann man etwas verändern. Und nur dann kann man etwas verändern. Mein größtes Traum ist, dass HIV mit meiner Generation endet. Das ist mein größtes Traum. Es ist keine mehr Infektion. Das ist mein größtes Traum ist, das ist mein größtes Traum ist, das ist mein größtes Traum ist.